Für Trizi und mich geht es jetzt ab ins Kino, denn wir schauen den neuen Film Chantal im Märchenland. Wir sind schon so gespannt und aufgeregt und ich war auch echt übelst lange nicht mehr im Kino. Das Kino war einfach so voll, Leute. Ich wusste gar nicht, dass dieser Film so gehypt ist. Wir konnten uns nicht entscheiden, was wir essen wollen, deshalb haben wir einmal Nachos und einmal Popcorn mitgenommen. Was mögt ihr lieber? Nachos oder Popcorn? Oder esst ihr lieber was ganz anderes im Kino? Ich mag lieber Käsesoße und Trizi war dann doch für Sour Cream. Was mögt ihr lieber? Dann ging der Film endlich los und wir fanden ihn einfach so gut. Er war einfach mega lustig und auch richtig spannend und hatte auch eine mega süße Message dahinter. Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann können wir ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Man hat auch irgendwie echt gute Laune durch den Film bekommen und mehr gibt es bei Instabesties.